Jetzt starten. Servus, Hohle, Birchler und Dien. Danke für die Nominierung unserer Kaltwasser-Challenge. Und jetzt fangen wir's gleich an. Whoah, die aussten dispute ist. Villar, Hohle, 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 Hohle. Nominieren. resistorlikoniert,8 klug sinisterlikoniert. Das war's, wir wirken uns von einem mal Hunger und bedanken uns, dass unser Trupp unterstützt kommt. Von Rekard, der Stürmer, von Claudia, für die Musi, die er auch kombiniert. Vor allem, weil das erste ist Tim Ellenhuber und jetzt bei das andere, den Kurt von den Gotthard. Also viel Spaß, meine ich auch eine Challenge. Gebrochen ist Nächste, es ist da mit dem Team von Endorf, mit der Dania, Sonja, die Rede haben wir, Claudia, und als Dritts unsere Nachbarn, den Huitzbau Meister in Sepp Grössinger und das Team von Huitzbau. Bravo, hier hat er es. Oh, viel Spaß, viel Spaß. Thank you, Armin, guys.